so wirst du was ich glaube das brauche ich jetzt gerade gar nicht mehr oder für den moment zumindest nicht ich würde gerne doch ich behalte mir also der flammenwerfer kommt weg leute der flammenwerfer kommt weg der wird aufgeräumt die munition vom flammenwerfer wird auch aufgeräumt das bleibt da pack sogar noch eins hier raus für ersatz und nur falls der jetzt dann doch angreift leute nur für den fall der fälle holen wir uns jetzt das hier so speichern schleichen muss ich nicht mehr ich verliere drei aktuelle trefferpunkte warum verliere ich trefferpunkte okay der ist freundlich leute ich möchte ihn trotzdem irgendwann mal töten ich glaube als nächstes gehe ich erstmal hier hin und töte hier alles und dann gehe ich hierher ich glaube ich besiegt ihn doch jetzt ja für 100 106 punkte getroffen ich habe keine ahnung wie viel leben der hat ich wirf einfach noch eine nochmal für 250 punkte 258 punkte kritisch getroffen und die struktur ist stark beschädigt mr handy ist tot das war mr handy leute das gefällt mir was der da hat den rest lasse ich mal ich sollte vielleicht bei den anderen auch nachsehen ob sie auch da irgendwas haben okay ein funkgerät könnte ich das jetzt benutzen nein ist immer noch total nutzlos aber das ist was tolles ich weiß noch als wir mal fast 100 stimpics hatten leute das war geil und wir haben sie halt fast alle gebraucht das war nicht so geil naja okay für die da oben leute reichen einfache waffen dann nehme ich nicht die teure munition oder die gute munition her was wäre denn da in der kiste das ist plastik sprengstoff naja ihr wisst ja ich kann nicht gut mit fallen umgehen leute wir lassen den lieber erstmal warum verliere ich dauernd trefferpunkte wegen was ich habe ich bin nicht verstrahlt ich habe bin nicht vergiftet augen verletzung habe ich nicht arm oder bein verletzung auch nicht ich habe einen ruf von 43 leute und ich bin ein held ich habe schon 147 geratten getötet leute das finde ich geil 38 super mutanten 23 roboter äh äh 32 red scorpions 84 männer dagegen nur 13 frauen gottesanbeter 5 26 ghoul 3 Floater, 4 Death Clans. Wo sind die niederen Centaur? Naja. Ach, hab ich vielleicht noch gar nicht getötet, weil ich jedes Mal gestorben bin. Na gut, speichern wir. Ein starkes Kraftfeld. Wieso kann ich das nicht abschalten? Ich aktiviere den Kraftfeld der Mütter, das ist ja blöd. Okay, ich brauche doch Reparatur, Leute. Du würdest doch keinen unbewaffneten Mann töten, oder? Ich ergebe mich. Doch, ich töte euch alle. Sorry, aber ihr werdet alle sterben. Mal speichern. Von hinten in den Kopf, Leute. Hat leider nicht gereicht. Dann halt von vorne in den Kopf. Tod. Du bist der Nächste. Tod. Nein, lebt noch. Tod. Kann ich eigentlich mit irgendeinem von denen reden? Nein. Na dann. Tod. Ja, tot. Der lebt noch. Dieses Mal sind sie aber endgültig tot, Leute. Beim letzten Mal haben wir den Spielstand ja neu geladen. Weil wir hier drin irgendwie eine Art Life-Log hatten. Wir waren viel zu schwach, um hier irgendwas auszurichten zu können. Aber dieses Mal sind wir stark genug. Ich glaube, bei den Maschinen hier können wir gar nichts machen. Die einzige Maschine, bei der wir was machen konnten, war damals die hier. Sicherheitshalber mache ich das aber trotzdem nochmal. Du machst an dem Computer herum. Einen Moment später sprüht er kurz Funken und schaltet dann ab. Na toll. Einen Moment späteritzender. Hmm. Hmm. Also bis auf den da können wir hier wirklich nichts machen Okay Ich würde gerne mal kurz unser Gewicht wieder ein klein wenig senken Das waren 2 Kilo Ein Sicherheitsausweis Karte mit verschlüsselten Sicherheitscodes der in die einfache Elektronik integriert ist Den will ich ab Oh ich habe jetzt noch ein Funkgerät Die Kleidung lassen wir mal Für den Moment zumindest Okay So Ich habe jetzt 2 davon Na gut Wir sind zu voll Okay Das blöde ist Wir haben hier nur diese eine Truhe Aber gut Sehen wir mal nach Ob da unten irgendetwas ist Nein Außer Betrieb Ich würde ihn gerne in den Betrieb stellen Robohirn Robohirn Okay Was machen wir Ich glaube ich möchte die besiegen Leute Deswegen nehme ich jetzt mal die hier Und dann greifen wir die an Fangen wir bei dir an Fangen wir bei dir an Irgendwie machen wir Irgendwie machen wir fast gar keinen Schaden Bei denen Vielleicht habe ich die falsche Munition Wir laden dann nachher mal die andere nach So jetzt beide leer Jetzt laden wir mal bei beiden Die jeweils anderen Hier die schwarzen Und hier die hier Na ja 13 sind jetzt nicht so viel mehr 34 hingegen schon Ich glaube bei der Munition bleibe ich Dann müsste die hier ja auch mehr Schaden machen Definitiv Oh ja Dann ist das eine wahrscheinlich Menschen Gegen Menschen Oder Lebewesen Effektiv Und das andere Gegen Roboter Das wenn ich schon eher gewusst hätte Welche Munition habe ich da jetzt Die J.H.P. ist gegen Roboter wahrscheinlich Und die A.P. dann gegen Menschen Naja jetzt macht sie nicht wirklich viel Schaden Naja Okay Vielleicht ist es wirklich unabhängig Und ich hatte vorhin nur einen kritischen Treffer Und habe es überlesen Oder vielleicht sogar zwei hintereinander Könnte ich mir auch vorstellen Oh an einer wichtigen Komponente getroffen Sehr gut Okay Wenn es sowieso egal ist Leute Dann schießen wir wieder mit der Munition Ich glaube er möchte abhauen Und kann nicht weil ich vor ihm stehe So als nächstes kommt die hinten Und da weiß ich noch nicht Welche Waffen ich gerne nehmen werde Aber ich räume jetzt einfach mal ein bisschen auf Ich hoffe ich merke mir dass der da liegt Speichern So Kann ich inzwischen wieder ein bisschen erste Hilfe Nein Kann ich ein bisschen Arzt Nein Dann Dann habe ich Pech gehabt So was nehme ich jetzt gegen die Ich glaube ich nehme den Flammenwerfer und dich Das Sturmgewehr Wird schon passen Wird schon passen Denke ich mir Ich glaube ich ja Und dann sage ich mir Und dann